So, jetzt geht's wieder weiter mit Ghostwriter Tokyo. Wir wollen heute den Schrein, den Tori... ...den Tori reinnehmen. So fängt es immer gut an. Alles ist dunkel hier. So, Proviant-Kette. Okay. Wir haben hier eine kleine Mission und das war's. Welche Ketten haben wir ausgerüstet? Okay, passt. Mhhh... Bapapapap. Bapapapap. Süß! Lass sie fertig! Oh, hop-bom-bom-bom! So, zurück in den Kampf! Zurück in den Kampf? Wir wollen jetzt einfach nur Geister einsammeln. Wo? So viele Leute... So? 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 Vielleicht schaffen wir wirklich 100% Ich glaube weniger Ich glaube weniger Ich habe eben Ich habe eben Ich bin Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, oh. Ah, da, 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 da. Ah, da ist es. Ah, da ist es. Das war viel drin. Da unten ist eins. Ist das eine Sashiki-Warashi? Sie muss in einem der Häuser sein. Aber in welchem? Wir sind nah dran. Die Sashiki-Warashi muss hier irgendwo sein. Will ich hier sein? Das muss das Haus der Sashiki-Warashi sein. Jetzt müssen wir nur noch die Shio-Senbei in die blaue Schale legen. Was das wohl ist? Eine Beaver. Etwa ein Meter langes Holzinstrument mit vier Seiten. Oh, das ist ein Zupfen-Soment. Ich höre eine Stimme. Ich höre eine Stimme. Ich höre eine Stimme in die Schale. Ah, gleich. Danke für die Shio-Senbei. Bitte, bitte. Hier ist sie gut. So langsam verstehst du, wie Yo-Kai ticken, was? Äh, nein, das würde ich nicht behaupten. Ich höre eine Stimme. Ich höre eine Stimme. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Sooooannnnnnn Achso, das ist das, okay. Was kann man denn hier kaufen? Ob es hier wohl was Gutes gibt? Keine Ahnung. Ja, dann. Ja, dann. Was ist das denn? Eine Rezuske, eine Roku-Roku-Roku-Ki. Ich werde dir den Stillstand vom Hals zu erkunden, was jenseits deiner Komfortform liegt. Hier rein, oder? So. Warte mal, ich gehe mal hier rein. So. Um. Hm? Was ist das? Eine Jeter. Eine Selbstverteidigungswaffe, die während der Edo-Zeit von japanischen Polizisten eingesetzt wird. Das ist ein Schlagstock in dem Sinne. Das ist ein Schlagstock. Tja, Tja,него Die einzig und allein in Höhe! Wollen Sie denn euch anziehen? Ich bringe hin! Ich bringe hin! Äh... Sind denn jetzt Zweigeißer? Da fühle ich mich fast wie ein guter Mensch. Wollen wir noch fast oder was? Das war's, was du. Wir müssen mal wieder aus der Telefonzelle gehen. Pfff! Hm... Oh! Wir haben jetzt alles, oder? Oh! Oh! Hm. 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 Da war auch immer in einer Telefonzelle. Gute Kombis, Kleiner. Da 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 da. So. So. Das war das Schrein. 81 Prozent. Und Zeichnung. So. 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 Haben wir hier irgendwie noch Geister zum Einsammeln? Nein. Nein. Ich hasse es, hier nachts allein rumzulaufen. Es ist unheimlich. Ich muss durch das Kaufhaus, um nach Hause zu kommen. Aber der Tapper kommt, wenn man hier nachts allein durchläuft. Der Tapper? Eine unsichtbare Kreatur, die Fußabdrücke hinterlässt. Und bei jedem Schritt wird man ein Zapp, Zapp. Könnte das etwas mit unserem Kumpel zu tun haben? Möglich. Ich? Sehen wir uns diesen Ort genauer an. Oh, ich mag die nicht. Da. Da sind welche. Da stimmt was nicht. Die haben Fußabdrücke, aber ich spüre nichts. Das glaubst du, wohin sie führen? Finden wir es raus. Ja, das ist doch schon ein paar... Ruhe. Ruhe. Dann mal ab nach oben. Mal oben? Mal. Mal. Oh Ne Art Eingang Meinst du da kann man einfach reingehen? Müssen wir Folge dem Tapper Los Und da sind wir Völlig orientierungslos in Was auch immer das ist Labyrinth ist das richtige Wort Wo müssen wir lang? Der Tapper scheint weitergegangen zu sein Schätze wir müssen bleiben Vor Höchst Bis zum nächsten Mal. Hm. Ah, hey. Ah, ist es? Scheint hier nicht zu klappen. Ob dieser Aufzug noch funktioniert? Versuch's mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielleicht können wir über diese Plattform gehen. Ich schwebe. Wir sind völlig orientierungslos in... was auch immer das ist. Labyrinth ist das richtige Wort. Wo müssen wir lang? Der Tapper scheint weitergegangen zu sein. Schätze, wir müssen bleiben. Ob dieser Aufzug noch funktioniert? Ich bin der Tapper. 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 Vielleicht können wir über diese Plattform gehen. Das Geländer ist so widerlich. Das Geländer ist so widerlich. Okay. Dieser Junge sieht wie eine Hülle aus. Der Tapper muss was mit ihm zu tun haben. Wir müssen die Verderbnis reinigen, bevor wir weiter können. Sie sind verschmolzen? Endlich habe ich meinen Körper wieder. Du bist also der Tapper, hm? Ja, so haben die mich genannt. Ich wollte nur meinen Körper zurück. Ganz ehrlich. Ich habe lange nach ihm gesucht, seit er in dieses große Loch gezogen wurde. Und als ich ihn dann gefunden habe, konnte ich nicht an ihn ran. Geht mir auch so. Bin selbst per Anhalter unterwegs. Das ist blöd. Ich hoffe, du kannst auch an deinen Körper zurück. Danke für eure Hilfe. Okay, bitte. Okay, das war schon cool. Machen wir dieses Loch jetzt zu. Weißt du, wenn ich über diesen Jungen nachdenke, dieser Riss hätte auch mich reinziehen können. Ja, ist ja nett von dir, dass du mich nicht alleingelassen hast. Deine Sorge um mich ist rühr. Ich bringe hin, alles was ich tue, tue ich verblieben. Ihr wandernden Seelen, kommt alles zu mir. So. Erstens die Frage, haben wir die... ...mit der Bereich 200% fertig oder nicht? Okay. Hm, ich hatte sie auch nur 100%. Okay, dann heißt dass... Oh, nochmal. Hm. ich habe ja alles voll haben wir auch alles voll hier und hier machen so die zwei will ich zuerst und dann erst wieder weiter gehen was ich was ich machen wollte ist eventar das brauchen wir nicht geister sicht und spüren war das ist das oder wie dann heißt das genau so brauchen wir nicht mehr dann können wir auch wieder auf verteidigung gehen es ist gut zu wissen was hinter den tappen steckte jetzt kann ich nach hause gehen auch darum okay Ja, das ist dunkel. Ja, das ist dunkel. Wie kommen wir da hoch? Okay, das heißt also, wir hier durch... Alle Materie, alle Schulden sollen ins Nichts zurückkehren und mit ihnen auch die wandernden Seelen der Gefallenen. Jedoch, warum soll alles im Nichts enden? Darum glauben wir, sie könnten nicht gerettet werden. Ich strebe weder nach Macht noch nach Herrschaft. Ich strebe einzig und allein nach Erlösung. Ah, gut. Ihr habt noch welche gerettet? Ja, nur ein paar. Mann, es tut mir echt leid für euch. Ihr habt so hart gearbeitet, um das alles hier zu verhindern. Kann man nichts machen. Sorry, dass du dich jetzt um das ganze Chaos kümmern musst. Wir wissen das echt zu schätzen. Wir wissen, dass du dich jetzt um das Chaos kümmern musst. Fuck. Ich das hasse. Ich denke, dass du dich jetzt um das Chaos kümmern musst. Was ist das? 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 Was ist das?